Heißt das auch, ich kann im Kolosseum die letzten Sachen machen? Oh nein, der Reporter. Nur ein dreckiges Propaganda-Blatt. Nun, durch meine Verbindungen zu Shinra komme ich immerhin an wertvolle Informationen. Na, neugierig? Nur zwischen uns. Die Finanzabteilung von Shinra wollte Don Corneos wertvolle Kronjuwelen-Sammlung beschlagnahmen. Aber jetzt kommt's. Der Schlüssel, um an seine Kronjuwelen zu kommen, wurde gestohlen. Von wem? Nun, von niemand geringerem als dem mysteriösen Racheengel der Slums. Der legendäre Meisterdieb von Sektor 5, der Racheengel der Slums, der von den Reichen nimmt und den Armen gibt, ist wieder einmal aufgetaucht. Und, wie sieht's diesmal aus? Interesse? Naja, Interesse schon, aber keine Zeit. Ah, Interesse, sehr gut. Also dann, hier. Wo das Versteck des Racheengels ist, muss ich nicht nochmal sagen, oder? Hast du deine Lektion nicht gelernt? Naja, ich versuch, mir meinen Optimismus zu bewahren. Wenn der Racheengel mich ins Visier nimmt, habe ich eine noch viel aufregendere Story. Und was soll ich machen? Wenn es dir gelingt, den Schlüssel zurückzuholen, gehören Corneos Kronjuwelen dir. Ich will seine Kronjuwelen nicht. Wer der Racheengel wirklich ist. Wenn du also auf Informationen stößt, wäre ich dir sehr verbunden, wenn du sie mit mir teilst. Ich will seine Kronjuwelen aber nicht. Wir sprechen hier immerhin vom Donnen, ne? Okay. Alter. 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 Okay. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Warte mal, was? Wir haben auf unserem Rundgang die eingestürzten Gräber wieder in Ordnung gebracht. Doch dann war da so ein Lachen und auf einmal waren die anderen verschwunden. Oh nein, ernsthaft, was? Oh Gott, die war! Ja, das ist die Stimme. Danach waren die anderen weg. Nenne ich die schon wieder. Das sind andere. Phantome. Okay. Wer von euch hat nochmal Analyse? Barrett, ne? Nicht übertreiben. Hier kommt... ... ... Ich weiß es, es ist... ... 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 Jetzt kommt noch mal richtig Schwung in die Bude, ne? Ich will mir das Spiel gerade sagen... Bis hierher und nicht weiter? Viel Spaß. Das ist die Kraft des Bladding! Das ist die Kraft des Bladding! Zack! Ja! Das ist doch bereit! Was? Ach komm! Ich bring das zum Ende! Jetzt hab ich dir das Sack! Versuch's! Mich hört das nicht um! Alleine schaff ich das nicht! Ich mache weiter! LOL! Ach man, was ist das denn?! Oh, ich muss Barret die Waffe wegnehmen! Die Scheiße! Oh, Phantome! Die hab ich nicht mal angekratzt! Ach komm! Alter, wie stark! Also... Also... Also so gern ich jetzt Barret's... ...Atomschere nutzen würde... Das kann man nicht mehr überspringen! Oh, Klaus! Wie bitte? Wie? Was treibst du denn? Nicht allein! Doch dann... Das kann man nicht mehr überspringen! ... Ich bin bereit! Alter, wenn ich die nicht schaffe, level ich erstmal. Feuer ist wirksam und Feuer haben wir nicht, oder? Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Magie. Ach, f*** dich! Ja, 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 ja. Ähm... Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. 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 Oh, oh! Oh. Klaut, das hier habe ich vorhin gefunden. Wenn du willst, kannst du es haben. Vorlaute, Belga. Das gefällt mir. Ist die Mission dann jetzt vorbei? Abgeschlossen, ja. So, jetzt kann ich auch wieder den Arm wechseln, weil gegen starke Gegner war das jetzt echt nicht gut. So. So. Okay. Und man hat auf jeden Fall nicht gelogen, dass es ein vollwertiges Spiel wird. Länge 55 Stunden, habe ich gerechnet. Ist das der verletzte... Oh, das ist ein verletzter Schoko. Oh Mann, verdient hier einfach zu wenig Geld. Jetzt komm ich! Oh Mann, das ist das Kaste? Oh Mann, das geht. Deter, das ist vielleicht. Oh Mann, was ich? Oh Mann, was ich gesagt habe? Soll sie diese völlig zu wenigstreichen so etwas zu lassen. Alter! Was ist das? Alter, was? Ach, dann muss ich halt die Targa machen auch tiefer. Mit Targa auf Barret. Das nervt mich gerade tierisch, dieses Graviga. Oh Mann! Ah, Fertigkeit. Energie jagen. Mann, das geht mir gerade auf den Dirk, dieser Typ! Hm! Hab ich nicht ne Magie oder so? Hier, friss Biola. Mach es kaputt! Da wechsle ich den Arm, ne? Ach komm, töte es einfach. Ist mir egal. Geil! Tut mir leid. Ich mache weiter! Nicht übertreiben! Nicht übertreiben! Ja! 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 Ich komme! Ich komme! Ja, ja, ja.